Was für ein Irrsinn, für welchen Quatsch unsere Steuern verpulvert werden. Das Land ist knapp bei Kasse, jeder weiß, wir müssen sparen. Doch das Geld wird weiterhin mit vollen Händen rausgeschmissen. Straßen kaputt, Brücken bröckeln, Schulen marode. Jeder Cent wird für wirklich wichtige Dinge gebraucht. Offenbar alles egal. Stattdessen sponsert das Umweltministerium Dinge, die die Welt nicht wirklich braucht. Doch, richtige Schlafen in der freien Natur, Lagerfeuer leicht gemacht oder Wiese mähen mit einer Sense. Auch schön. Primitive Handwerkstechniken, ab in den Bach oder, wie werde ich, Wolfsbotschafter. Was auch immer das ist. Hat offenbar irgendwas mit freilaufenden Wölfen zu tun. Von denen gibt es ja in Nordrhein-Westfalen irre viel. Nach jüngsten Zählungen ganze Null? Apropos Null. Richtiges Rechnen für Nullen, das wäre doch mal eine Fortbildung. Und zwar eine mit Sinn und Verstand. Denn dann könnten auch die größten Nullen lernen, das Nullen. Geld kosten. Und zwar richtig.